Hallo Aura, passt die Delivery? Ich glaub sie passt ganz gut, so wie Ribery Ich dropp ein paar hohle Phrasen, doch um mir King zu sein, braucht man einen schwulen Bart oder Maske Ich hol mir von dem Clown da die Krone, Schlag Aura auf die Lippen, er nennt sich Aura Dione Voll lauter Afro-Trap, check ich nicht, was der Spaß da rappt Aber so gut wie du Masken bemalen kannst, meld dich doch einfach bei Art Attack Letztes Mal knapp verpasst, nur um einen Platz Ich hab ein scheiß Beat gepickt und ihr grad noch so Schwein gehabt Das Kid mit Brille und den bunten Haaren bleibt in der sechsten Staffel einfach ungeschlagen Vor dir steht grad der Endgegner, es gibt bald einen neuen King hier im MDA Ich frag nicht, was ich mir mit dem Preisgeld kaufe, vielleicht schwarze Katzen oder weiße Tauben Ich könnte auch dem Schwieger so ne Freude machen und hol schon mal dem Livio ne neue Maskott King-Finale, was performt die Fotze da, wie er aussiegt, halt was dort wohl im Stock im Arsch Ich punche immer, Maske, Ginger, schwarzbehindert, Afro-Trap Es kommt mir vor, als wären wir in nem Krankenzimmer Und wenn man denkt, das gab's schon alles Undenkbare, gewinnt ein Kind mit bunten Haaren At unser Productions On 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 Vielen Dank.